Granate! Und da dahinten vom großen Baum neben der Baracke. Hey Jürgen, kannst du mir mal eine Frage beantworten? Weißt du, wer den dicksten hat? Äh, Frau! Äh, Frau! Ach, da ist der Ande! Ich habe keine Warnwesten, also musste ich mich so anziehen. Oder wir gehen beide raus, mir wurscht. Weiß ich jetzt nicht so genau. Drum habe ich ja gemeint, wenn beide... Das heißt nicht, dass ich probiere. Passt schon? Passt schon? Du bist da? Okay. Und bin wieder weg, okay. Herr Wirth, was erwarten Sie von dem heutigen Spieltag? An den Beinen den Schulunternehmer und dann... Hilfe! Beim Scheißen, beim Scheißen getroffen zu werden. Das war schon immer mal ein Traum von mir. Hä? Der Ande war kein Strom. Hä? Was ist jetzt? Wir sind wieder resettet, Mann. Jetzt. Gut, wieder hoch. Okay. What the fuck was that? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Was ist jetzt? So, dann bleibst du noch mehr sagen. Hallo? In der zweiten Hälfte dieser Werse... Oh mei! In der zweiten Hälfte... Wie kannst du... Ja, hör auf! In der... In der... In der... Hör auf! Ich hab's doch... Jetzt! Ja, aber ich nicht! Ja, ich bin 40. Sei froh, dass ich keinen Rollstuhl dabei hab. Ich muss das jetzt noch mal kurz warten, wie weit ist das in meinem Alter? Na komm her mein Junge, na komm. Wo ist er? Wo ist er fast? Ja da ist er, komm ist er. Oh, guck mal, was ich beim Räubig verehrt hab. Komm fliegen, ja! Das ist schon mal Pumpen, es gibt voll Pumpen, aber das ist alles meiner, gell? Ich weiß nicht, wo hast du den aufgegabelt? Der kommt ein paar Jahre zu spät, aber es ist schön, dass er da ist. Wir müssen gleich ein Video machen, ja? Es ist sehr leicht und handlich, der Verschluss fehlt. Neuweifel-Gardier erhältlich. Der Lautewach-Platten-Drächer, zwar ohne Moletaschen, aber dafür... Bombenfest! Naja, fast... Kaufen! Kaufen! 2,95 Euro! Mein Gott! So richtig stylisch ist das auch noch, ne? Richtig modern, für die Jugend besonders ansprechend. Wenn man schön die Treffer kann man auch schön hier so... Ja, das ist die Anti-Cheater-Weste! Nicht jedes Spiel eine neue Platte drauf, kannst du nicht cheaten!